Wir wollen doch unbedingt den Trick der Drecks machen. Und zwar möchte ich jetzt vielleicht Sie bitten, denken Sie sich eine Zahl. Eine Zahl größer als 50, kleiner als 100. Haben Sie eine? Ja. Vergessen Sie die. Denken Sie nochmal eine andere. Das hat einen Grund. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Zahl, die einem als erstes einfällt, anderen womöglich auch als erstes einfällt, die ist sehr groß, wahrscheinlichkeitstechnisch. Die Wahrscheinlichkeit aber, dass die Zahl, die Ihnen als zweites einfällt, anderen auch genau als zweites einfällt, diese Wahrscheinlichkeit ist total gering. Okay, Sie haben eine Zahl? Ja. Nicht so etwas Typisches, was jeder kennen kann, sondern Sie haben es nicht. Das wäre gemacht. Ja, klar. Dann wäre ich jetzt versuchen, Ihre Zahl zu empfangen, ohne Ihnen eine einzige Frage zu finden. Denken Sie an Ihre Zahl, sagen Sie sie nicht laut, nur in Ihren Gedanken. Ab jetzt. Ja. Sagen Sie sie in Gedanken, nur in Ihren Gedanken. Ich bombardiere Sie damit. Ja, das ist auch wichtig. Svens, ist das, wird das nichts. Ich brauche noch, ich brauche noch drei Zahlen, hier bin ich nicht sicher, können Sie mir Ihre Schuhgröße sagen, was ist Ihre Schuhgröße? 38. 38, habe ich mir gedacht, hier fehlt noch was. Vielleicht, Moment, dann nehme ich noch hier, vielleicht Handynummer, letzte Zahl, wissen Sie die, also Ihre, nicht die von André Agassi? Die wüsste ich auch, ja. Ja. Soll ich Sie sagen, die letzte Zahl? Ja, ja. Zwei. Zwei, jawohl, schauen wir noch hin und vielleicht noch hier die letzte, der Pin, bitte. Meiner, bitte. Okay, es ist sechs. Okay, wunderbar, fertig. Können Sie Ihre gedachte Zahl hier sehen, Gabriele, ja oder nein? Nee. Richtig. Auf den ersten Blick nicht, aber, Sie mögen ja so gern so Doku, auf den zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten, achten, neunten, zehnten und noch viele Blicke mehr. Zum ersten Mal laut, wie heißt Ihre gedachte Zahl? 81. Meine Damen und Herren, liebe Zuschauer aus Hause, rechnen Sie mit, der erste Blick, die erste Reihe, 38 plus 5 sind 43, plus 3 sind 46, plus 35 sind 81. Der zweite, 2 plus 36 sind 38, plus 31 sind 69, plus 12 sind 81, 39 plus 13 sind 62, plus 35, plus 28 sind 81. 2, 29, plus 46 sind 75, plus 6 sind 81. Gehen wir von oben nach unten, 38, 40, 79 plus 2 sind 81, 5, 51, 81, 3, 4 und 8, 5, 3, 4 und 8, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 3, 2 und 1, 2 und 1, 2 und 1. Hier auch nehmen wir die Ecken, 3, 38, 69, 81, die unteren Ecken, 1, 29, 39, 35, 81, die 4 daneben, selbst die 4 in der Mitte, 36, 31 sind 67 plus 13 sind 81, genau, und jetzt nehmen wir noch die Ecken zum Abschluss, 38 plus 35 sind, äh, 73 plus 81, es stimmt, viel Spaß, dann nachrechnen.